Einen besonders angenehmen Vorweihnachtsstress erlebt derzeit unser Friedenslichtkind Marlene Irndorfer aus Altenberg bei Linz. Heute hat die elfjährige Marlene das leuchtende Weihnachtsymbol ins Linzerer Rathaus gebracht, zu Bürgermeister Franz Dobusch und allen anderen Mitgliedern der Linzer Stadtregierung. Nicht ohne den obersten Vertretern der Landeshauptstadt auch über die vielen Erlebnisse als Friedenslichtkind zu erzählen. Zu Beginn der Woche war Marlene Irndorfer mit dem Friedenslicht im Europäischen Parlament in Straßburg und in der EU-Hauptstadt Brüssel, denn der Weihnachtsbrauch des ORF Oberösterreich hat sich längst auf ganz Europa ausgebreitet. Das weihnachtlich geschmückte Brüssel, eine Woche vor dem Heiligen Abend. In einem eleganten Hotel im Zentrum der Stadt leuchtet das Friedenslicht aus Bethlehem in einer vorweihnachtlichen Feier für Diplomaten und hochrangige EU-Beamte. Vor allem aber für 170 Landsleute aus Oberösterreich, die in Brüssel arbeiten und für ihre Familien. Wir geben es auf den Adventskranz immer und auf die Kerzen beim Weihnachtsbaum. Es gefreien sich nicht nur die Kinder, nicht nur die Exzellenzen, Politiker und Botschafter, sondern es gefreien sich unsere Landsleute da draußen, dass sie auch ein Stückchen Heimat jedes Jahr, einmal im Jahr hier in Brüssel wieder zurückbekommen. Mein Vater hat damit immer die Kerzen am Christbaum angezündet und das ist für uns ein fixer Teil vom Weihnachtsbrauch in Oberösterreich in Scherding. Die Europakapelle in Brüssel, sie hat einen starken Bezug zu Oberösterreich. Die kunstvollen Glasfenster stammen aus dem Stift Schlierbach. Hochrangige Vertreter von christlichen Kirchen nehmen hier das Friedenslicht entgegen. Als Symbol für den tiefen Sinn von Weihnachten. Das Europäische Parlament in Straßburg, wie Brüssel, Hauptstadt der Europäischen Union. Parlamentspräsident Hans-Gerd Pöttering entzündet mit dem Friedenslicht die Europakerze. Das bringt uns zur Besinnung und lässt uns auch wieder über die wichtigen Dinge nachdenken, um die es wirklich geht und das ist der Friede in der Welt. Das Sinn des Friedenslichts ist natürlich auch, etwas innezuhalten und aus den Tagesproblemen wegzugleiten und sich an das Wesentliche zu erinnern. Der Festakt im Hohen Haus in Straßburg ist ein großes Erlebnis für Besucher aus Oberösterreich. Das kann man nicht beschreiben, das Gefühl, irgendwo. Das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach super. Ich bin schon öfters mitgewinnen und das war super wieder. Das war ja auch ein anderes Erlebnis, weil wir es mit Friedenslicht kennengelernt haben. Stimmungsvoll ist auch die Friedenslichtübergabe an die Stadt Straßburg. Das Friedenslicht leuchtet in einer Feuerschale im Zentrum der Stadt. Direkt neben dem großen Christbaum. Und weithin sichtbar.